Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das gratiert euch hier eigentlich im Club, deswegen mache ich jetzt schnell, was man auch anschauen will. Ich habe so ein, boah das ist voll anders jetzt, ein Dörrbrot mit Marmelade und das ist ein Gau-Gau. Guten Morgen, hoffentlich sieht man mich. Guten Morgen. Ja, mehr wollte ich auch nicht sagen. Ich tue gerade frühstücken. Tschüss.